hey leute wieder zurück im aufstieg werde ich dieses mal hoffentlich die geschichte schurimas erzählen können und wieder einmal ist darius nichts in der vorgeschlagenen liste drin schade aber da bin ich so also kann ich ja schon mal anfangen zu erzählen also schurima fing auch damit an xeras wird dort als verrägter wieso muss ich jetzt schon wieder bahn immer schüler werden um mal schauen was sie schreiben dringend dann waren wir dringend ist es egal sechs schakow mehr so wurde schon gebannt war mal checks und dann waren wir schakow den haben sie sogar ja ich weiß auch noch nicht so genau wie ich spielen soll ich werde wieder zufällig spielen also ach man das mache ich eben schnell ja okay aber diesmal spiele ich nicht als tank das hat mir nicht wirklich so gefallen vielleicht in einem anderen modus aber hier hat mir das nicht so gefallen ach ich idiot ich habe auch fähigkeit stärke und api nachkampf gehabt ja egal ja stimmt die falschen beschwörer hat sich auch war totaler fail ja egal ich bin jetzt mal auf fähigkeit stärke war totaler fail ja im winter ist ein fail aber um zur geschichte zurückzukehren also xerath wird als verrückter magier dargestellt und nasus und renekton haben es als bruder geschafft ihn zu besiegen das waren es nicht irgendwelche magier schurimas sondern das waren die beiden und haben ihn eingesperrt aber das war ihnen nicht genug sie haben gesagt um vollkommen sicher zu gehen hat renekton gesagt das war seine eigene idee bruder also zum nasus bruder sperr mich mit ein wir dürfen ihn nicht mehr befreien er ist zu gefährlich für die welt wir müssen sicher gehen damit er als ewiger wächter für xerath den killt geht schon los was übrigens totaler fail ist weil auf der geschichte von xerath steht renekton als freund drin jo was geht ich bin zurück beim neuen lol und bin zurück nach dem startbildschirm bei windows aufnahme wir nehmen immer noch zusammen auf genau und dann stelle ich mal vor speer temo akali zuangeborener mundo fischer fiss und maoka im gegnerischen team in unserem team albtram chuggah pool party sie sind mecha kassix redetnis kristall varus und ramos ja der zorn geborene wund oder irgendwie aus wie der sohn von von wie der neue häuptling da von der orc bei ww muss ich sagen der ist ja auch so rötlich und so ein bisschen wie hellboy ja nicht ganz hellboy hat nur einen ganz kleinen bart und hörner ansätze und der hier hat übelst lange haare und übelst langen bart aber ansonsten von dem rot her ja ja von dem rot mein ich ja es gibt auch so einen hulk verschnitt mhm so um kurz zur geschichte zurück zu gehen äh zu kehren also xerath äh ne renekton hat sich da also einsperren lassen kampf beginnt in 30 sekunden und naja naja ja jetzt sag ich den jetzt hast du den faden verloren ne jetzt sag ich gerade einen geistigen hängerer jetzt laber ich extrem ja ähm warte was was ach genau und es hat auch lange zeit geklappt xerath war vollkommen sicher ja bis eines tages die kassiopaya die war übrigens ein ganz normaler menschke ähm ich glaube sie war prinzessin oder sowas von noxus irgendwie sowas das reich weiß ich jetzt nicht mehr auswendig könnte auch ein anderes gewesen sein es war bestimmt ein anderes hehehe keine ahnung nicht mann die ist in die wüste gegangen nach shurima jahrtausende später gell und hier sieht es ein bot aus bot sind zwei ok oben ist fiss und dann sind wir die ist halt in die wüste und hat die sie mir angeheuert äh weil die sie mir ist nämlich eine grabräuberin das ist sogar in ihrer geschichte drin und die wurde angeheuert soll ich immer nach oben rechts unsere link holen so ja das macht ramos schon ich herviel lieber und ähm der irgendwoher ich weiß nicht woher hat sie das äh hat die kassiopaya gewusst wo sie suchen muss so 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 und die sind dann mit Sibi und ihrer Bande oh blieben sind sie los und äh sind zu dem Grab bei dem Xeras eingesperrt wurde Kassiopaya hat der Sibi natürlich Schätze versprochen weil Sibi ist ja eine Grabräuber und sowas und sie selbst wollte nur eine einzige mächtige Klinge haben gell okay und die Klinge haben sie dann auch gefunden und die Klinge haben sie dann auch gefunden Allerdings war die Klinge ein Schlüssel 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 ja ne 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 ich muss mich jetzt grad konzentrieren sie wollen sie wollen es sind Kassetten durchpusten äh die 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 lauter äh die 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 das das die reine Lüge von Cassiopeia, aber die Waffe haben sie gefunden. Nur war das keine mächtige Waffe, sondern es war ein Schlüssel in Form eines Schwertes. Und dann haben sie ein Grab gefunden und haben sich gedacht, hey, machen wir doch einfach mal das Grab auf, gell? Siphi war natürlich dagegen. Ah, toll. Oh. Also Siphi war natürlich dagegen, da hat die Cassiopeia hinterhaltig einfach mal das Schwert in den Rücken gestochen. Äh, verwundet sind sie dann äh, verwundet ist die Cassiopeia, äh, musste die, sie wieder damit ansehen, wie die Cassiopeia das äh, öffnet, das Grab. Dabei hat sie eine Falle ausgelöst, sie wurde von einer riesigen Schlangenstapie gebissen und hat sich dadurch in eine Schlangenfrau verwandelt. So ist Cassiopeia also so entstanden, wie sie jetzt ist. Bang. Ich habe hier mal Cassiopeia. Die Kalle wurde getötet und dann hat sich auch, aber das Grab hat sich dann geöffnet. Ich habe den vorhin schon verloren. Ja, ich auch. Also das Grab hat sich geöffnet und da herauskam Renekton, der über die Jahrtausende seinen Verstand vollkommen verloren hatte. Und dann hat er, ähm... Ja, und da ist noch der Docter Mundo. Ja, geil gekillt. Ja, komm, das gibt's doch eigentlich. Der wird noch gestorben. Und da ist dann herausgekommen, hat sich irgendwie mit Cassiopeia verbündet und die Zivir ist, nachdem sie gesehen hat, wie Cassiopeia von dieser Schlangenstatue gebissen wurde und sich verwandelt hat, ist die Zivir rausgegangen und in der, ähm, im Sand, in der Wüste draußen ist sie dann unwichtig geworden. Und, was ist mit Renekton und, äh, Cassiopeia, dann passiert, das bleibt oft. Und auch, äh, welchen Part... Boah, das sind alle. Ja, noch. Ich habe Timo fast gefüllt. Fuck, die sind alles in Lowlight, ja. Oh ja. Oh Gott. Da musste ich mich erst mal in den Schneider setzen. Komm schon. Ah, das ist schon. 89 bei noch. Ass, ass. Hatte schon wieder einen Auferstand an oder kommt der erst noch? Äh, auf jeden Fall. Ich hatte doch Timo. Ach, du mit deiner Geschichte machst du es beide voll dumm. Ja, haha. Naja, und, äh, Xerath ist halt dann... Oh, scheiße. Oh, schnick. Hört nur den Hörnitz. Ja, schnackt. Oh, schnackt. Nein. Nein. Ja, ich... Wir wurden... ...Mod gerade voll fertig gemacht. Ich sammieren, Ass. Toll. Ja, und jetzt machen die Xerath. Hoffe ich. Dann kann ich dazwischenpunkt machen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich sag das jetzt schon zum dritten Mal, aber der Xerath ist halt dadurch aufgestiegen, und heißt halt deshalb aufgestiegen, ne? Ja. Ich glaube, du bist doch falsche Modeste für Geschichten erzählen. Ja, das glaube ich auch. Aber das war's im Prinzip auch schon. Zumindest Teil 1. Äh, es heißt nämlich wirklich Teil 1 auf der Homepage. Du bist zu lang laut. Und... ...und... ... das regnet der Fisk. Komm! Oh mein... So, ich hol mal jetzt unten den. Wir haben alle gekillt, außer Timo. Wir sind 8 Punkte hinten. Jo, und jetzt holen wir uns wieder 2. 3. 2. 5 Punkte sind wir jetzt noch nicht. Oben rechts ist es wieder da. Ich geh einfach mal oben links hin. Weil ich werte, das kommt auch gleich wieder. Ich hab Timo gefunden. Ich hab ihn gleich gekillt. Nein, der scheiß Pilz. Na aber du hast noch gekillt. Oh, da sind wieder alle Gegner. Die haben gerade die Söhne gekillt. Ja genau, mich trifft er. Ja geh halt weg. Du hast das überlebt? Wie geil. Der Kassix ist voll dumm. Bleib bei mir. Ich bin fast tot. 49 lebens. Oh, wenn ich jetzt nach unten gegangen wäre, wäre ich tot. Ah, da bist du. Haha. Oh, Mann. Ich hasse Timo, Mann. Kann gegen Timo nix machen. Nein. Jetzt hat er mich echt noch gekillt. Ja, das ist so eine richtige scheiß Noob-Champel. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich brauche noch ein bisschen mehr. Wir haben aber auch alle Illgi so Overpowered for Champions. So, ich geh mal noch unten und FK6. Ich muss versuchen, ich jetzt. Ich muss sagen, wir sind zurück. Ach komm, nee. Nee. Mein letzter Wille. Boah, ich hätte Fizz fast gekillt. Boah, ich leb noch. Boah, ich leb noch. Boah, ich leb noch. Boah, ich leb noch. Nein, jetzt war da schon wieder der Timo. Seine Q. Q, Q, Q. Gebe einfach mal hier die Filme. Deine dumme Geschichte. Die 90% wahrscheinlich nicht verstanden haben, weil man selber die nicht verstanden hat. Ja, ich weiß. Vor lauter Spielen hab ich die auch nicht so richtig erzählen können. Lied sie euch einfach durch auf der Website von Tiger of Legends ist sie vorhanden. Das hättest du auch eher sagen können. Aber ich will sie doch auch ein bisschen erzählen. So, ich komme einfach mal zu euch. Oh, da unten war der Timo. Da ist der Timo. Da ist keiner mehr. Ja, ich bin gespannt. Das ist zurück. Na toll. Ich finde natürlich wieder den Scheißpilz. Ja genau, warum sieht ihr mich? Doch, der Wunder ist fast drin. War okay? Der Scheißpilz, der geht immer voll auf mich. Das macht jetzt dann irgendein Tanki-Ding nicht. Da rechts ist das Relikt. Ja okay, das wird sicherlich Sinn. Gehen wir runter zu Rammus. Ass! Scheiße, da links kommt der Erste. Nö, das war kein Ass. Wir hatten einen Ass und wenn es nur den Bruchteil einer Sekunde gedauert hat. Wir haben einen Ass. Wir haben einen Ass. Ich sehe da keinen. Leben holen. Da ist Doktor Mundo. Nein! Ich bin fast tot. Ich bin tot. Eigentlich hätte ich mir das zuerst holen sollen. Egal. So, ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Rüstung dann. Komm schon, komm schon. Und jetzt den Aufgestiegenen. Nö, Timo liegt. Ist egal, den könnt ihr platt machen. Da ist Timo. Da ist Timo. Angst vor der Dunkelheit. Nähe Erkno. Nächst. Treffer. Der ist zu weit weg. Ich kriege ihn nicht. Aber ich kann ihn. Gut kennen. Toll, da ist ein Pilz. Scheiß auf Timo, Mann. Ich kriege die Scheiß auf Timo. Wo ist jetzt das Relikt? Alle anderen sind oben. Timo läuft zu ihnen. Das ist eine Falle. Scheiße, wir sollten abhauen. Ja. Oh ja, Mann. Die sind es ihnen genau reingelaufen. Wir sollten abhauen. Erstmal aufhalten. Wo ist die eigentlich hin? Ach, der ist tot. Ich habe Timo gekillt. Nein! Der Maokai. Echte. Ach, da ist jetzt schwarzer Nebel. Ja, die machen wieder den... Ey, was war mit Rammus gerade los? Der hat den Hängerat. Ja. Verspät. Ja, die haben halt alle so krasse... Schau aus. Ich glaube, ich nehme auch nur noch so krasse. Ich glaube, ich hätte schon gerade noch so spielen sollen, wie ich ihn immer spiele. Ich port mich nur nach unten und versuche das Relikt zu holen. Bin gerade voll schlecht. Ich... Ich habe gerade einen Fehler entdeckt, den ich finde. Ich habe gerade einen Bug oder zumindest einen Fehler entdeckt, den ich finde. Wir haben zu dritt jetzt vier von denen gekillt. Oh, voll daneben. Er hat noch einmal auf mich geschlagen. Ich hole mal das oben links. Yo, tu das. Wir sind nämlich zehn Sekunden tot. Das müssen wir ausmachen. Das müssen wir eilen. Oh ja. Da. Die teilen sich auf. Die teilen sich auf. Da ist ein Maokai. Und ein Doktor Mundo. Den Doktor Mundo habe ich Schaden zugefügt. Oh. Was sind die ganzen Gegner? Da ist der Timo. Den haben wir jetzt vernichtet. Komm. Jawoll. Und... Oh. Der versucht mich zu töten. Alter, den fress ich. Boah. Hey, es sind uns. Fiss. Zwei sind uns. Echt Fiss. Ja. Knappe Sache. Ja. Also mit dem Fiss habe ich leider nicht gerechnet gehabt. Wo ist es auch wieder ein knappes Spiel. Knapp... Ey stimmt. Wir sind... Wir waren doch 40 Punkte oder sowas hinten. Die Stimmen sind die Geister der Welt. Ich hole mir jetzt erstmal hier. Lauf halt. Ähm bisschen buggy finde ich schon. Seraph ist wieder da. Aber es leben wieder alle. Die sollten aber... Ja. Die sollten aber finde ich dauerhaft irgendeinen neuen lustigen Modus bringen. Ja. Ja. Ich zwar testweise aber... Nein! Diesen hat ihn aus meiner Tacke rausgeschossen. Komm, komm, komm. Ach. Card 6 ist zurückgeblieben. Da kommt. Das will ich. Alter, den fresse ich. Nö. Dann halt nicht. Oh. Fresse ich halt einen davon. Okay. Oh. Mundurig. Na. Den können sie schaffen, glaube ich. Nö. Doch, siehste. Ha. Sie haben ihn geschafft. Boah. Und jetzt die Relikte holen. Maokai ist am Leben. Und es steckt gleich schon. So. Sport mich nach unten. Ich an die Seile. Unten tut sich keiner. Jetzt pottert sich einer unten hin. Und oben auch. Kommt der Temo. Ja. Fiss war's. Ich hab's. Ich hab's abgebrochen, ich Idiot. Ach Gott. Eigentlich sollte die Ohren berühren. Diese Maokai. Diese Fiss. Ach, ich hab einen Gegenstand, der mich verwundbar gemacht. Wieso hab ich den nicht genutzt? Ja. Aber er hat zumindest noch jemanden getötet. Fizz macht den Xerath gerade alleine. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Mal den Aufgestiegenen gehabt. Das ist nicht gut. Ja, dann kriegen sie leider den Erfolg da. Ja, wenn... Ja, die Akali, der war jetzt dann so schnell tot. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich hole mir jetzt den... Ich habe erst die 3 gedrückt. Was? Stupid Jogath? Wieso denn jetzt schon wieder? Was habe ich denn gemacht? Jetzt erst mal das Leben. Sind alle tot außer Fizz. Der ist jetzt auch gut. Dr. Mundo und Mahokai leben wieder. Was? Xerath ist wieder da? So, den bekommen wir. Gut. Äh, na. Äh, na. liebe sind was glaube ich dann an die sinne haben sie dann zu drück gekillt das ist schlecht für uns die braunen um neun punkte noch 22 ich wollte ich mir wie ich mir die geholt habe und den habe ich mir auch geholt und den wie ich ihn reingelegt hat hast du das gesehen der ist voll auf mich drauf und ich mache mich unverwundbar aber scheiße zwei punkte brauchen sie nur noch boah ich bin gleich tot ich bin gleich tot wir brauchen nur noch zehn punkte wir können ah die waren nur noch ein punkt ja und sie haben leider gewonnen haben sie ja scheiße schade naja danke fürs zuschauen wir werden wie nicht reporten nö auch wenn er ein schlechtes spieler war er hat ganz normal gespielt er hat sich nicht schlecht verhalten und ich werde auch schlecht egal ich werde sogar fertig ich werde ich so bin ich will spielen so wie ich mit sehr mit ihm gespielt habe dann bin ich immer gut gefahren jo dann sehen wir uns gleich bei Winde in der Statistik und bei mir im nächsten lol tschüssi jo ciao tschüssi 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 tschüssi